Hallo Leute, heute zeige ich euch all meine Squishies und noch meine drei Lieblings-Squishies. Squishy-Check! Ich glaube, ich habe ein Squishy-Problem. Ja, ich habe ein. Ich versuche gerade mein Lieblings-Squishy zu finden und kann mich einfach nicht entscheiden. Und ich weiß überhaupt gar nicht, wie viele ich habe. Ich habe auch nie gefehlt. Nummer drei ist ein selbstgemachtes Squishy. Ich finde es eigentlich richtig süß, aber es darf nicht so weich. Also Nummer drei. Mein zweitiges Squishy ist dieses Rentier. Es ist halt so gerne klinisch und so weich, dass ich mag es nicht so toll. Aber es hat hier ganz viele Bubbles, das ist für mich. Nur Nummer zwei. Und mein aller, aller Lieblings ist diese Milch. Ich habe sie schon ganz lange. Sie ist richtig süß und richtig weich. Habt ihr eigentlich auch Squishies? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschaui!